Jakobo! Du willst fort, Marina? Verzeih mir. Ich halte dich nicht. Es soll dir Glück bringen. Grazie. Ich halte dich. Ich halte dich. Ich halte dich. Bitte, bitte. Ich halte dich. 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 Jawohl, Herr Kappellmeister. Wird bestellt. Dankeschön. Hallo. Vor allem, wo wollen Sie denn hin? Guten Abend. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch diese Marina. Du, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich... Komm, setz dich. Na, erzähl mal. Ein süßes Aschenbrödel. Kennst du sie? Ja. Ein Mädchen aus Sizilien. Aus Sizilien. W-w-was, die sie bis nach Wien nachgereist? Tja, servus, das ist die nächste Tragödie. Fällig. Diesmal nicht, Toni. Dafür werde ich sorgen. Bist du mir böse? Nein, das nicht. Aber... Ich weiß nicht, was ich hier mit dir anfangen soll. Inno, da bist du. Wir müssen noch etwas wegen der Kostüme besprechen. Aber gern, mein Lieber. Jan, ich brauche dich heute nicht mehr. Ja, ich bin immer in der Heimat und du bleibst aller hier. Ladies Parisien, ich habe gesagt, dass ich eine der letzten Curiositäts des Vosges. Also, hier. Das ist für meine vieille Maschine. Einmal, ich werde ich auf die Elektrizität installieren. Ihr habt schon viel gemacht. Surtout mit einer so strange Handwerker. Oh! A cause des Frauen. Wenn sie alle eine maison haben, keine Frau hier leben würde. Auch eine Frau? Eine Frau vom Land? Surtout eine Frau vom Land. L'hiver... ...votre Père war alles. Entfernt vivend. Ein Tag, wir haben ihn verletzt. Er war selbst. Aber im Canada, ich hatte Menschen, die noch weiter leben. Und da, ... ... die Sauvage leben. Seulement, ... 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 No, no! Oh, I wouldn't hear of it. Absolutely not. And besides, it's definitely none of my business. What do you mean, of course it's your business? That's ridiculous. We can't, and we've got to... We must save Miss Miller. No, no, I'm no hero. Well, look at me. Do I look like Elliot Ness? No. Well, that's the whole thing. I'm not a hero. Now, I want to tell you something. Not only will I not get mixed up in this thing, I'm extremely disinterested in the whole thing. Now, do me... Don't get excited. Just do me a favor. Leave... Just a minute, will you please leave me alone? Leave me alone. I'm very, very busy. Please, Mr. Hofstetter, now, just listen to me for a moment. Now, I know you very well, and I know you're a sweet man, and you would never forgive yourself if something terrible happened to Miss Miller, and it could. I can just see the newspaper headlines. Mr. Hofstetter, he could have saved her. Would it say that? Of course it would. Wait a minute. Don't get excited. Now, you don't have to do a thing. Just bank me up if I get in trouble. Yeah, but who are you calling? It's all right. Just the FBI. Oh, the FBI. The FBI! Oh!